1, 2, 3, GO! Alter, ich bin jetzt grad schon wieder fast... Oh mein Gott, wie viel Lack! Wie viel Lack kann ein Mensch haben? Ich sterbe, Junge, ich sterbe, ne? Und seid ihr hochgegangen? Boah, ich wusste mich hier fehlen, da ist man gleich gestorben. Aber versuch mal nicht so viel zu schieten, Digga. Ey Junge, ich wär darum gestorben. Und? Dann passiert das halt. Ich weiß eigentlich nicht, wo ihr lange laufen soll. Das ist ein Maul, Alter. Schreien, Mann. Digga! Die Monster sind aus, glaube ich. Ich dachte schon, Alter. Ich dürfte es eigentlich sehen. Das kann so gut sein. Ey, ich will an den Diablog! Ich hab irgendwie keine Lust da unten rein zu fallen. Oh mär, ich hab hier Wasser ausgelöst. Die Monster müssten aber eigentlich an sein. Ey, Lukas, wollen wir mal da runter? Ja, und der Monster. Das ist eine Falle, das ist mir schon klar, ne? Ist doch egal. Ja, okay, komm, bei drei sprengen wir, ja? Ja, okay. Eins, zwei, drei. Oh, jetzt echt? Leck. Ja, weil ich jetzt, weil ich sage, ist jetzt fertig. Und ich hab grad beschlossen, wir gehen jetzt dahinter auf die Piratenburg. Oder? Da links ist auch eins. Das ist einfach nur ein Piratenschiff. Da ist die ganze Burg. Wo seid ihr eigentlich? Wir brauchen den Wasser, Junge. Mal runter. Unten im Meer sind wir. Wir sind jetzt auf dem Weg zur Braten. Egal, ich baue auf dem Weizenblock. Das kann nicht sein. Da warst du, Digga, da warst du. Also, ja gut, dann lass da hinten zu dem. Wer hat jetzt mein Boot geklaut? Warst du schon mal da drin? Wo? Wo? Wie, wo? Mein ich. Na klar, waren die von ich da schon drin. Wo drin? In der Piratenburg hier. In der hier war ich noch nicht. Ich mein ihn generell nicht. Ja, sicher. Standard, Junge. Ja. Wieso haben wir denn Hexen spielen können ohnehin? Wollen wir direkt von oben rein oder von vorne? Von vorne, ne? Ja, ja. Mensch, hallo. Ich geh mir mal eben hier das Boot klären. Echt? Echtes gerade? Weil ich kann die Dinger nicht schlagen von mir. Nein. Ja, ich hab's natürlich kurz gelegt. Jetzt gleich noch. Wow. Warte mal auf euch. Ein Helms kaputt. Hat die mal auch von euch irgendwie die Item? Items? Was? Ola, wo bist du lieber? Ich bin hier über dir. Wollen wir nicht von vornherein? Na, wo ist von vorne überhaupt? Siehst du doch dieses kleine Schiff da vorne, ganz vorne. Hier einfach guck mal. So, hier. Ja. Ach ja, ja, dann lass mal vornherein. Kannst du direkt meine Monster mal rüber? Ja. Überall sind auch Monster, ne? Lass mal da rein. Oh, boah. Hey, lass doch aufs Boot. Die Isiliane, da können wir dranspringen. Das sind doch aber Gegner, guck mal. Ist doch nicht schlimm, ey. Die Isiliane, da ist ja ein starkes Ding. Wir machen ja nur Schaden. Ich bin ja nicht mehr stark. Wenn du die einmal in der Kombo hast, dann bist du ja drauf direkt in hier. Aber die bekommen kein Voll-Damage. Bei ihr ist zu gerade, wo ihr hinset. Auf der Burg immer noch. ich weiß nicht welches boke meint das ist doch wo dann dieses piraten auf der piraten feste mann na gut da kann ich ja wo was kommt doch auf der karte mann ja aber ich kann es auch nicht sehen weil die map bei mir nicht so weit geladen war ja von mir aus kannst du ihn einmal sehen dk was dk was dk was dk was oh mein gott ich bin runtergefallen ich finde es nicht auch leon mein gott ach ist das so ein piraten schiff in so einer bucht ja habe ich ja gesagt das ist ein riesiges piraten schiff was in dieser grotte drinnen rumhängt ey lukas ich bin im enderpern und fähl mich auf das teil oben drauf irgendwie glaube ich das ist rot rot leck doch nicht so rum ich bin jetzt einmal nach oben und dann krasier ich da oben einmal kurz alles ok sind alle schon weg kann ich einen ganzen guten loop mal klären ja weil ich sie alle getötet habe mann ich bin bei 665 ich bin bei minus 470 und minus 440 minus 470 so leon feueramt jetzt und der verabschied hat mir auch wenn eine fresse immer nicht schon was hat mir nicht umschiedt hat mir schon mal so eine folge wo der Vater wo es schon wieder herrn und unterlegt da unten im Meer ist irgendetwas ja du hast ein Loch mit das ist hell oh nein hey where are you ja ihr könnt nicht direkt das Kistenlager mal ich wusste was das Kistenlager ist ja ich wusste halt, da waren nicht mehr Kisten, da hab ich mir noch bedient ich hab mein Schwert verloren du kommst du eigentlich gebacken ja hier ist ein Boss du Opfer ja dann rasier den easy, safe, Drake oh Igor weiß was oh, danke, komm mal komm genau, ich bin schon vergiftet, dankeschön mal schlauchte mich herangezogen, ich glaub's nicht boah fuck, Junge, wie die hat er stirbt ja 3, 2, 2, 1 ja, genau, ich hab ein Krieger war, Junge ja, Junge ja, Junge hochkommen ja, sofort ja komm mach ich nicht übelst ist nämlich der Boss ich hab eh noch 4 Bauch hier, hallo ja, was denn oh mein Gott und leo macht diese Folge über sein eigenes Ding ja ja und dieses äh ja ich weiß nicht neosia oder neosia oder neosia oder neosia quasi äh äh stirb, 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 stirb oho, uho, uho ja alles klar die sind so mega viele Pass auf, da kommen auch von oben auch auf richtig viele umba uns alle ja, ja, die sind alle von der Treppe achi, und mir mal irgendwo ich hab irgendwie nicht die Bau, ich kann die eine wegs banned oh mein Gott, wie viele ab die am Arsch kleben Krass, ne? gelb kommst du da gut gekommen dass der Bus alles klar auch leid und schießt das könnte ich glaube das könnte ich ein Problem werden wenn man so mir geht die Kopie Schwerter haben und dann sind da nicht die Angelegenheit der Außenwaffe das ist immer mehr die Bauteil ich bin die Europese zu hochgegangen da ich bin ich auch gar nicht auf der Begriff der Küche oder so ich komme wieder raus ja Leon hier ist bei mir immer ich kann nicht rüberkommen und hier sind die ja wenn die Hälfte Faktenkrieg unter er in der nächsten Mal das muss man schnell machen als erledigt schnell so wie ich durch waschen die Gäste schon richtig Ich bin schon nach oben. Leucht das mal ein bisschen auf. Wir müssen nach oben. Das ist schon gut. Leon komm wieder hier hoch. Komm hoch Leon komm. Ja aufm Weg man hätt's mich nicht zu besser. Du hast wieviel in Auge jetzt bewegt dich. Komm du Ohr hier. Wir müssen nach ganz oben kommen. Das war schon gut. Oh mein Gott Alter. Ach du bist um auf dem roten Kreuz. Ja ich hab den OP loot. Hä ich da war ich gerade aus. Ich bin mein Boss. Bin mein Boss. Blöcke ab und. Das ist ja schon kleine. Ach so das wusste ich nicht. Bin mein Boss. Was? Bin alles rausgenommen. Ja toll. Wir müssen das sowieso teilen. Ach Lukas. TP dich doch nicht. habe ich nicht. Ohne Witz jetzt. Ohne Witz jetzt kommt. Ja mein Schwer ist jetzt Schrott eigentlich. Ich hab wirklich keinen Schwer. Hey ich hab ich schon meinen Boss. ich nicht die vor er ist ja der, der alles looted und nichts macht Du hast das gelootet Nein, ich weiß nicht noch gar nicht in den Raum Ach so, das meinte ich doch, ich dachte der selbst so Ja, Gott mein Verreggt! Los! Steh! Ich bin hier unten auf dem Schiff Wir reing ich bereit, hier abzuhauen Hast du den fixter Decker? Du hast den An dir nimmst du den Ich bin nicht Nein, du gehst den Ich hab nur keinen Schreckgleich mehr, ne? Hast du keins? Meinst du schrottgleich Ja, nein, du schnullst Können wir? Ja, nein, du schnullst Können wir? Ey, Jungs, komm mal zu mir, nirgern Ich bin unten im Wasser, du Pfosten Ich gehst auch, ihr Autos Ich geh jetzt einfach in Dungeonsuch, meine Fresse, ey Oh, hins geht's auf ne Insel Ja, wo seid'n ihr? Ich wollt mich die Aufnahme gern beenden Ja, ich werd grad von nem Piraten aufgeschossen Ich schwimmen grad auf ne Insel zu Na gut Wir machen auf jeden Fall Schluss jetzt Äh Wenn euch das Video gefallen hat, drück den Daumen nach oben Und wenn ihr kein Video mehr verpassen wollt, abonniert meinen Kanal Oh shit, hier ist noch nichts Ja Ja, ihr wisst, ich kommuniziere immer wieder gern mit euch Deshalb schreibt was in die Kommentare Von Fragen was verantwortlich versuchst zu beantworten Wenn's geht Also, Feedback immer erwünscht Und, ähm, würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal, Leute Haut rein, tschau